So, ich hab doch hier hinten Zeug gesehen. War das hier? Oh, wo gehst du? Hallöchen, was haben wir denn hier alles? Und, oh gut, explosiv haben wir jetzt nicht so viel. Und da ist noch Zeug. Komm, da muss ich doch auch noch irgendwie hin, mit Sicherheit. Das Ding sieht so verdächtig aus, ne? Jetzt frage ich mich, wenn ich irgendwo anders Fässer gesehen habe, ob die mich auch irgendwo hingebracht hätten. Ach komm. 40 Waffenteile, ist das dein Ernst? Ich hätte jetzt mit mehr... Warte mal. Sind die so ein Viehreck da hinten? Ach nee, warte. Da stand sie gerade, ne? Und jetzt ist da ein Container hingespawnt. Ich wusste, dass die Frau nur Müll ist. Oh Gott. Tut mir leid, das war einfach... Dieser Wortwitz war... Das musste sein. Es war nur ein Wortwitz. Ach, da ist sie auf einmal. Halt! Oh, na toll. Neue Art von Monster. Ich muss diese Dinger loswerden. Vielleicht schaffe ich es dann. Da ist noch Flasche. Ich bin der Jumpscare-Hunger freigeschaltet. Haha, der ist wirklich geil. Der ist geil. Das ist erst mal, dass wir halt so um die Ecke eingekillt haben, ne? Wo ist er hin? Scheiße. Ich hab ihn verloren. Und da ist einer. Da. Kommt er hier her? Na komm. Put, 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 put. Komm, komm, komm. Sehr schön. Okay, er ist nicht nah genug. Ja, nice. Ich liebe diesen Skill einfach. Da hinten. Wenn ich jetzt wüsste... Was das für Bolzen sind, die da in dem Auto stecken? Das normale... Wenn ja, dann schieße ich einfach kurz auf den... Normale. Okay. Komm, 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 komm. Ich bleib da immer kurz stehen. Ah, leck mich doch, ey. Ich hab noch einen zweiten Versuch. Hat das nicht gelangt? Ist das denn im Ernst? Leck mich doch, Alter. Toll, muss ich wegen dem... Hoffentlich ist sie noch in der Nähe. Ich hab sich wegen dem Arsch jetzt mal... Das ist einmal weggeschossen. Der hat's echt überlebt, als äh... Die, die... Der hat das echt überlebt, ne? Heftig. Heftig. Ich schwör's euch. Ich dachte grad, mein Handy hat sich bewegt. Ey! Mach keinen Scheiß. Nägel! Eins. Und zweimal Kraut, ne? Das hätte ich nicht schon genug von dem Zeug. Alter! Ja, wieder Munition. Ich hätte mich auch durchschießen können. Meine Fresse, was... Warum... Warum mach ich's mir eigentlich so schwer? Weil wahrscheinlich, weil der Sneaken mehr Spaß macht. Das ist mir ein Nervenkitzel. Ja, den Namen der Orangenschaft find ich auch super. Ich bin der Jumpscare. Einfach herrlich. Okay. Ähm... Hier ist nichts mehr. Da ist... Der ist tot. Ähm... Oh. Cool. Ist wir hier von der Karte? Nö. Bin ich hier durch? Nee. Alpha Wand. Natürlich. Ruf! Oh, oh. Oh Gott. Ich dachte schon, der... Äh... Da wär Abgrund. Wo er raufgeheult ist. Klar, die haben nichts bemerkt. Verdammt. Noch mehr? Dafür hab ich keine Zeit. Kann man... Check ich kurz ab, was es hier an Munition gibt. Dann geh ich damit an. Sieben Stück. Ich könnte einen von... Einen wegschnitzeln. Vom Stealth-Modus quasi. Hey! Das wurde... Storkelt der. Check, da ist noch einer. So, warte mal. Weg mit dir. Da ist noch einer. Oh Gott, ey. Hey! Hi! Warte mal. Ciao. Na, ich bin nicht da, ne? Schon blöd. Hey! Hey! Oh! Warte. Aua! Ey! Lass den Schei... Oh, da ist noch einer, ne? Junge, Alter! Halt die Schüsse, Mann! Oh! Hab' ich gar nicht gesehen, dass da nur Versperrung ist. Hm. Okay, warte mal. Boah, das weg ist. Das war jetzt exzellent unelegant, muss ich sagen. Exzellent unelegant, what the fuck? Ein Schuss zu viel verbraucht, ne? Ärgerlich! Aber hey, was soll's. So, was ist das nochmal gewesen? Ist ich nicht mit mir... Oh, manchmal. Ähm... Verwenden wir das doch mal. Ich werd' jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr wieder herkommen. Ich seh' nicht mehr dieses Open-World-Element, sondern das Lineare. Was mir wirklich wesentlich besser gefällt. Das merke ich schon extremst. Wenn man ihn trotzdem cool findet, dass ich hier oben noch rumlaufen kann. Ist hier was? Ah, hallo. Hätte ich das gewusst, ne? Hätte ich hier mit rumgeschossen. Cool, ich hätte sogar... Da laufen, da lang kommen. Ich hätte sogar snipen können. Meine Fresse. Ich sollte meine Umgebung besser im Auge behalten. Ich find' dieses Sound-Effekt von der Hintergrundmusik so gruselig. Ach Gott, was ist das? Ach Gott. Da ist sie. Was kommt mir jetzt entgegen? Na holler, die Waldfeeb. Ähm, du bist ja schön. Warte mal, der Typ trägt, äh... Oh. Oh, das ist weniger nett. Warte mal kurz. Ähm, hi. Warte mal. Oh, daneben. Dreh dich um, danke. Oh, oh. Hi. Ich hab noch ne Idee. Ich hab hier doch so ein formschönes Sturmgewehr. Einfach... Oh, danke, du bist über mich drüber gerannt. Find ich nett. Was, das? Cool, das war's. Bitte lass das den letzten sein. Ach, bestimmt nicht. 10.000. Und dafür kann ich mir das Schiff hier kaufen. Ah. Oh Gott. Rauch. Gut, ich hätt mich... Ich hätt mich hier verstecken können. Ja. Beziehungsweise, ich hätt hier weiterkämpfen können mit... Ich sollte mehr meine Umgebung nutzen, ne? Wow. Was ist denn da hier? Ach. Irgendwelche Munitionen. Hab ich die wieder voll? Ne. Das ist, glaub ich, Scharfschützen-Munition. Ah, ja, gut. Ich muss die halt leer. Schrotmonie hab ich auch wieder voll. Auch schön. Joa, jetzt bin ich einmal rundherum gelaufen. Kann ich... Da kann ich nicht hin. Hier kann ich sicher nicht hin. Hallo, was haben wir hier? Nichts. Doll. Ah. Oh, ah, gut. Ja, das wäre das nächste gewesen, was ich benutzt hätte. Ich glaub, ich hätte ihn komplett ins Magazin verschossen. Das Vieh hätt ich, äh, auch für Dinges gewechselt. Äh, auf Armbrust. So, let me see. Kenn ich das hier vielleicht irgendwoher? Myra. Myra! Wohin gehst du? Du wirst Lily nicht wehtun. Ihr wehtun? Niemals. Ich liebe sie. Deine Liebe kann sie nicht beschützen. Das kann nur ich. Ich sagte, verschwinde! Oh, jetzt. Oh, oh. Sie hatte doch dieses riesige Vieh gehabt, ne? Myra böse. Oh, oh. Oh! 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 Oh-oh.